Yo Leute, was geht ab? Ich darf euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt hier auf dem Channel begrüßen. Wir spielen Elden Ring und keine Ahnung, warum das jetzt leiser geworden ist. Ich bin tatsächlich einer der wenigen Echsenmenschen, der noch nie auch nur ein bisschen von Elden Ring gesehen hat. Ich bin komplett blind, ich hab nicht mal Videos dazu geguckt, ich weiß nicht mal, wie die Bosse heißen, ich weiß gar nichts. Ich hab noch nie Dark Souls gespielt, ich hab noch nie sonst irgendwas gespielt. Das wird komplett blind, ich werde des Todes failen, wir haben einen Deathcounter wahrscheinlich in einer Höhe von 3 Milliarden. Und damit gehen wir rein. Okay, ja, ich hab gesehen, man kann Charakter machen und ich hab keine Ahnung, wofür. Also von meinen Skills her würde ich sagen, bin ich mit dem Prophet ungefähr gleich, der sieht mich nicht genauso viel wie ich. Gut, wir nennen den einfach Öli. Okay, wir nennen ihn nicht Öli. Das ist Sternchen Li. Okay, okay, Leute, wir spielen als Sternchen Li. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Alter, natürliche Sonnenbrille. Wieso ist das so scheiße, Mann? So, da ist Sternchen Li fertig. Mir war es wichtig, dass auf jeden Fall die Jawline wie Hugo hat. Und eindeutig kann man erkennen, dass ich den Charakter, den du sehr ernst genommen hab. Und ich glaube auch nicht, dass ein weißer Hai im Stammbaum von Sternchen Li mit drin ist. Da sind wir, Junge. Sternchen Li ist jetzt ready. Jetzt muss ich mal gucken. Wie greift man denn hier an? Gekochte Garnelen. Schwert weg, Schwert raus. Okay. Okay, wie kann ich jetzt eine Nachricht lesen? Fuck, jetzt hab ich eine Garnelen gegessen. Dann mal los hier. Willkommen in der Kapelle. Das ist das Einzige, was ich mal gesehen hab von Elen Ring. Dass hier sich ganz viele Leute runtergejallert haben. Er hat volles Objekt vor. Ja! Ich wollte zurückgehen. Okay, Sternchen Li macht sich bereit. Alter, das Kampfsystem mit diesen vier verschiedenen Sachen. Achso, okay. Links ist nur für links und rechts nur für... Naja, Digga, stark. Ich bin Pro-Gamer. Was geht? Oh, was geht denn jetzt hier? Da ist... nicht so toller Rauch. Ah! Verpflanzter Spross, Digga. Ich hab ein krasses Schild. Was willst du tun? Was willst du tun? Seht ihr? Stich! Oh! Hä? Ey, mein krasser Überschild hat es nicht gedrefft. Na okay, das war ja schon mal für unser Abenteuer jetzt nicht der allerbeste Start. Aber egal. Ja, wo ist geht ab, Chef? Tapfere Befleckter, wag den Sprung. Let's go. Aua. Na, wer bist du denn? Hallo? Ey, du siehst ja genauso scheiße aus wie ich, Chef. Wow! Ich hab doch gesagt, ich bin zu krass für das Game. Ihr seht, wie ich den abgeburgst hab, Digga? Einfach Frankfurter Hauptbahnhof. Der hat mir doch nichts getan. Oh! Ich... Boah, alter, der Block. Peng. Hä? Wieso geht mein Schild nicht? Ich will ihm einen mit dem Schild geben. Hä? Der Schild ist ja überscheiße. Schlitz. Okay, warte. Pass auf. Expediamus. Mach doch! Boah! Boah, junge, bosshafte Sprünge. Sind wir Freunde? Oh! Waffen handhaben. Ich hab doch keine andere Waffe, oder? Achso, Faust, okay. Ja, moin. Digga, ich hau dich auf die Fresse, Chef. Mach dein Schild weg, Junge. Ich hau dich... Ich prügele dich weich, Junge. Junge, du bist voll OP. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich dich. Boah, habt ihr gesehen? Junge, Kombo! Frankfurter Hauptbahnhof-Kombo. Alter, ich kämpfe einfach mit Faust. Scheiß drauf. Kommt her, hier Wichser. Das macht ja gar keinen Schaden, Mann. Als ob ich die nicht umballern kann. Bam, Junge. Oha. Okay, ich will nicht im Tutorial sterben. Hey, Brud, ich... Hast du 5 Cent verloren? Ich bin Pro. Haltung gebrochen. Was machst du jetzt? Küss mich. Oh, oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich mit ihm gemacht hab, aber ich glaub, der Junge kann sich am Montag erst mal krank melden. Nebel durchqueren. Jo, was geht da? Ähm, Leute. Ist das ein richtiger Boss oder ist das so ein Tutorial-Boss? Ich hab doch nix, Mann. Oh, der kann ja gar nix, hö. Aua, aua, aua. Bro, wir können über alles reden. Du hältst nix aus, aber du machst Schaden. Komm. Hey, ich hab keine Magie mehr, Expediamus. Warum? Okay. Ähm. Kann ich ihm auf Disrespect eine geben? Arschloch. Oh, fuck. Hey, nein. Oh, easy gedodged. Oh, ich darf gar nicht mehr so viel Faxen machen, sonst verrecke ich. Okay, Frankfurt. Stich. Au, oh, voll in die Niere. Nein, nicht stechen. Ich bin der Stecher. Boah, habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Nein. Ähm. Das ist alles nur fürs Video. Ja, perfekt. Erstmal hier reingedrückt, weil man wieder die falsche Taste drückt. Ist doch gar kein Ding. So, diesmal komm ich mit meiner Hogwarts-Magie an. Hier, komm, leck Eier. Wow. Also, dass das so broken ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, ich bin doch ein Gryffindor. Hä? Ich bin einfach im Tutorial gestorben. Das ist auch so wirklich, wirklich einfach Missgeburt, ne? So, Leute. Ab geht's nach oben. Yo. Junge, schön kreuzheben. Oh, und da bin ich in Limgrave. So. Was geht jetzt ab? Wer hängt denn da, Digga? Kann ich mich da zuhängen? Yo, was geht ab? Digga, da reitet irgendein gottloser Sack und ein Hirsch. Der Hirsch ist mir erstmal sympathischer. Digga, er Beyblade-t sich einfach weg. Ja, okay, hast gewonnen, Bro. Ich hab halt gar keinen Plan, was ich machen soll, ne? Nachricht lesen. Freund voraus. Digga, hier ist Weihnachtsmann. Digga, was ist das denn? Ich hab noch nicht mal gespielt und schon kann ich hier wieder kaufen, Mann. Was für kaufen, Alter? Schneeballsystem. Komm her. Fresse. Wen musst du hier an? Bestien Leber, ja. Richtig kranke Bestie. So, fragen wir mal nach dem Weg. Hallo, der Herr. Oh. Bro, ich hab nix dabei. Ich bin fresh. Fresh Dumbledore, hier, kriegst du deinen Bauch gestochen. Und jetzt von hinten in deinen Arsch, Junge. Zack, was willst du machen? Ja, hier. Opfer. Digga, wer legt sich denn auch mit Sternchen Lee an, Alter? Jo, wer bist du? Ist auch wieder... Mann, warum seid denn hier alle scheiß drauf? Ich dachte, wir sind hier... Boah, Digga, richtig die Kniescheiben zerledert, ey. Ja, Bro, was los? Ich dachte, wir sind hier Freunde, Mann. Ist hier grundsätzlich jeder ein Hund? Und ihr sagt alle, das Game ist schwer? Fucking easy. Wollen sie... Was kaufen? Komm her, Junge. Digga, ich glaub, da geht's in eine Höhle. Ich weiß nicht, aber... Soll ich da rein? Aber ich mein, ich hab ja irgendwie kein Zuhause und hab nix vor. Einhöhle. Hey, Digga, ich mach das alleine, ich brauch niemanden, ich bin krass. Digga, ich seh gar nix. So, was ist denn hier so die Phase? Da sind Wölfe. Digga, piss dich, du siehst mich nicht, ich brauchst gar nicht so zu tun. Alter, ich stech dich ab. Ehrenloser Bastard. Da, zack, hier, in deine Fresse. Was willst du denn? Digga, wie der da hochfliegt. Ja, hast du Respekt. Alpha Wolf. Oh, oh. Digga, was macht er denn da hinten für Jumping Jacks? Aua, oh, er macht die Schaden. Oh. Digga, ich hab den einen doch gekillt. Digga, die machen voll die Faxen da. Digga, in was für einer Höhle bin ich überhaupt nicht? Ich raff doch hier gar nix. So, Junge, jetzt mach ich hier gar nix mehr auf Stealth und Net. Jetzt werden die einfach ehrenlos über den Haufen gestochen, ihr Wichser. So ein Eier lecken, Mann. Oh, das ist ja ein krasser Wolf. Hä, wieso lebt der eine noch? Ich hab dich doch genagelt, Alter. Trink deine scheiß Flasche. Alter. Das werden ja immer mehr wie viele Wölfe. Nein, nicht schleichten. Ich find die richtige Taste nicht. Hey, Digga, warum fliegt der? Du bist doch tot, Wolf. Fuck. Fuck. Ich weiß nicht, ob die Wölfe zu stark sind für mich. Ich glaub, ich habe hier mein Limit erreicht. So, was macht ihr jetzt hier? Ich zauber euch weg. Keine Ahnung, was passiert. Doch nicht alles auf denselben, du Vollidiot. Wieso war das jetzt schwer? Digga, erstmal randalieren hier. Wahrscheinlich Hund. Aber warum immer Hund? Frag ich mich auch immer. Ich weiß nicht. Also, wenn noch ein stärkerer Gegner in der Höhle kommt, bin ich richtig dick am Sack. Ach, Digga. Hä, hier ist ein Boss? Ist das Boss? Ist immer ein Boss hier? Egal, ich geh da rein. Ich hab keine Angst. Bestien Mensch. Von Farum Azula. Hallo. Ähm. Ich bin neu hier. Ah, ich hab ihn mir in die Fresse gestochen. Davon hält er jetzt nix. Hey, nicht schreien. Mann, ich hab doch keine Ahnung, Alter. Was machst du da, Erik Wirbelsturm? Oh, zack, zack. In deine Fresse. Aua, aua, aua. Ich möchte nicht rasiert werden. Oh, aua. Nicht die Kniescheibe. Die brauch ich noch. Mann, ist das überhaupt der erste Boss, gegen wen kämpfe ich hier? Ich hab doch keinen Plan, Mann. Ich bin in der Hainhöhle. Aua. Das war doch mein Gehirn. Nee, nee, nee. Breakdance. Trink, trink schneller. Ey, der hört gar nicht auf, anzugreifen. Nein, Alter, Gucci. Alter, die Steuerung ist so überarsch. Also, die ist gut, aber ich bin überarsch. Zack, voll ins Auge. Ja, was brüllt denn der mich an? Oh, warte, ich hab doch Mana-Tränke. Aua. Er rasiert mich durch. Äh, jetzt? Okay, okay, okay. Vielleicht kann ich ihn tot-spam. Nein, nein. Einfach rollen, einfach rollen. Nein, ich hab doch gar nicht das... Ach, Digga. Er hat meine Magengrube geradet. Zack, Hogwarts. Ähm, der stirbt heute. Warum gibt denn der mir so Schellen? Alter, das ist voll scheiße, die Magie. Alter, der rasiert mich gegen den Strich. Ja, chill doch. Ja, komm, schrei deine Mutter an, Alter, wenn du Hausaufgaben nicht gemacht hast. Alter, kann ich den mal stunnen oder so? Hier. Ah, war da Kedavra. Ah, 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 ah. Nein, nicht schon wieder Beybladen. Digga, wo schieß ich hin? Okay, jetzt ist Hogwarts durch, oder? Kann ich doch einmal Hogwarts... Aua, was kommt der angeflogen? Egal, einfach saufen. Bier. Immer Bier. Mann, ich hab doch keine Ahnung, was der mit mir macht. Ey, der Zauber ist ja so überarsch, ne? Der trifft ja nie. Fall auf die 12. Ah. Junge, er Beybladed mich so aus dem Leben. Ah, nein. Nein, es ist so knapp. Bitte. Ich hab gar keinen Bock, jetzt nochmal anzufangen. Verpiss dich mit deinen Wolfsfreunden. Oh. Okay, da greift er nur einmal an. Macht er jetzt wieder sein Beyblade? Okay, jetzt Beyblade-Time. Stich, Stich. Oh, nein, 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 nein. Habe ich gar nichts mehr zum Saufen? Garnelen. Nein, 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 nein. Nein. Hey, Digga. Sauf einfach alles, was du hast. Ach, Digga, das ist leer. Aber ich kann trotzdem saufen. Was ist das für eine Scheiße? Als ob er mich da getroffen hat, Mann. Digga, was säuft der denn, wenn die Flasche leer ist? Das ist ja Übershit. Oh, der hat gesessen. Gryffindor. Snape. Bitte. Dumbledore. Oh, 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 oh. Nein, bitte. Oh, oh. Okay. Asula ist gleich down. Feuernation fällt. Scheiße. Triff doch, du dummer Nutten. Digga. Die Zauberer-Lizenz läuft ab. Alter, er hat mich so gebladet. Alter, nein. Pass auf, die Scheiße jetzt. Junge. Schiech. Rollen, rollen, rollen. Och, Digga. Und dann misst er ehrenlos. Okay, Rest muss mit Schwert gemacht werden. Oh, das war frech. Da wird er sauer. Okay, jetzt kommt wieder der. Den kann ich, glaube ich. Stich, Stich, Stich. In die Fresse. Ja, verrecke, du dumme Nutten-Sau. Easy, Digga. Gegner zu Fall gebracht. Flammdrahmen-Talisman. Was mache ich damit? Ist das im Inventar? Wo ist das Teil? Hallo. Hey. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Wow. Verfickte Scheiße, Mann. Das ist ja Übershit. Oh, das sieht krass aus hier. Hier ist doch bestimmt der erste Story-Boss, oder? Ist kein Ding. Oh, ich kann sogar weigern. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Hey, geh mal weg. Willst du Ärger, oder was, Junge? Du guckst so. Ja, komm, ich geh wie ein Gigajet da hin. Hey, was ist los, hä? Ähm. Hogwarts, 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 Hogwarts. Hockey, Hockey, Hogwarts. Ich spame dich weg. Oh mein Gott, der ist ja schnell. Warum hat denn der überhaupt so Bogenschützen da? Wer bist du? Ist das gar kein Boss? Digga, ist das einfach ein normaler Dude, der hier rumhängt? Was spiel ich denn hier für ein krankes Scheißspiel, Alter? Wer bist du, Digga? Wasch mal deine Scheißfüße weg, ey. Wie? Das ist kein Boss, Digga. Digga, du Nuttensohn. Nee, stampf dich selbst voll. Ich dachte, ich wäre jetzt hier überkrass. Und dann habe ich endlich den Boss gefunden. Ja, normal, ey. Komm, warum sollte das auch ein Boss sein? Guck dir mal an, dem sein Schwert. Junge. Komm, jetzt leg dich hin. Jau, 80 Schaden, chill ich. Der stampft mich tot, Mann. Der macht mit mir Fußfetisch. Ah, nein, nein, nein. Hab ich dich jetzt outplayed? Oh, nein. Alter, ich dachte, er hat mich gewonnen. Nein, nein, er hat mich auch. Nee, ich outmovie ihn. Stich in die Kniescheibe. Knöchel. Gefickt. Alter, seht ihr das Movement? Chill mal. Boah. Alter, da hilft kein Ibuprofen mehr. Ach so, Digga, ich komme hier mit meinem... Ja. Ich komme hier mit meinem kleinen Kackschwert an und treff dich nicht mal. Digga, wie kann man nur so ein fetter, hässlicher Drecksack sein? Ja, was mache ich denn jetzt mit dir? Jungs, will mir mal einer helfen? Raid-Boss oder so? Die spielt man auch mit 25, Mann. Digga, Stich. Ja, komm, Alter. Was soll ich machen mit meinem Pimmelschwert da? Ja, äh. Aua. Digga, der Typ da hat Aim-Bot. Der fuckt mich richtig ab. Kann ich nicht einfach hier... Ja, Eier lecken. Was macht ihr jetzt? Äh, waren das seine Arschhaare gerade? Oh, ich glaube, er hat einen von seinen Kollegen umgehauen. Moin. Chef. Digga, pack dein Didgeridoo ein. Ach so, da kommen die Buschleute. Ja. Freilich, Mann. Aua. Okay, also er ballert die auf jeden Fall schon durch, da. Löffet ihr die einfach über den Haufen? Nee. Ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Aua, ich habe mich gemault, Digga. Chill. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Sturmbügel, nice. Haldene Saat. Da habe ich immer was dabei, für alle Fälle. Hä? Habe ich ihn abgehängt? Ich weiß nicht. Hat schon mal so jemand Elden Ring gespielt, indem er einfach nur an einem vorbeirennt? Meine Runen liegen jetzt da hinten. Die hat er sich auch verdient. Was soll ich machen? Ich soll ja eigentlich nur zum Eldenbaum, oder nicht? Oder Erdbaum, oder... Oh, Digga, nicht schon wieder Wölfe! Oh Gott, ich habe das Schild ja gar nicht draußen. Digga, chillt doch mal. Da, leg dich direkt hin. Schlafen geschickt. Ja, beiß das Schild. Und jetzt? Vernichten von Gegner-Truppen. Was leuchtet denn hier? Ah, Gnade. Digga, willst du mir auch noch irgendwie was Sinnvolles erzählen? Vielleicht wie ich den fetten Riesen da unten hole? Ach so, seitlich sitzen. Ja, okay. Hey, ich würde sagen, dann gehe ich jetzt zu dem Dicken da hinten hin und setze mich seitlich hin. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Danke für diese überaus hilfreichen Sachen. Guck mal, ich sitze jetzt einfach wie eine Bitch hier. Ja, geil, easy. Game durchgespielt. Also beim nächsten Boss setze ich mich einfach seitlich hin, alles easy. Dank für die Hilfe. Ach, Digga, was seid ihr denn hier wieder für Clowns, Mann? Droht den Sturmmänteln. Stech euch einfach ab, kommt her, Junge. Das reicht jetzt, jetzt bin ich sauer. Alter, oha, okay. Sorry, der Typ, der aussieht wie, keine Ahnung, Low-Budget-Typ. Rastet auf einmal überaus. Vorsicht vor Hinterhalt. Daher zieh, fixieren versuchen. Mich würde sich doch nie einer trauen, mich hinterhältig anzugreifen. Mein Auge juckt. Alter, chill doch mal. Was ist das für eine ehrenlose Aktion? Und du denkst auch, weil du einen High-Ground hast? Boah, Alter, wer ist näher? Okay, Vorsicht vor Hinterhalt. Ich habe es verstanden. Bin jetzt einer von euch. Ich greife die mich dann jetzt vielleicht nicht mehr an. Der sieht jetzt aus wie der Über-Kuhfi. Moin, Jungs, sind wir jetzt Freunde? Alter, ich habe echt belieft. Ich habe belieft, wir sind Freunde. Mann, ich will nicht, dass der mich fickt. Nein, bitte. Ich drücke als die falsche Taste. Alter, der hat mich einfach mit seinem Schwert, Alter. Tod geschlagen. Mann, ich war doch schon in diesem Tunnel drin, du dummer Wichser mit deinem Scheiß-Bär. Ja, komm, jetzt geht er nach Hause, als ob er heute eine Beförderung kriegt oder was? Moin. Grüß dich. Ey, warum kann ich den denn nicht one-hitten von hinten? Ich hätte einfach dran vorbeilaufen können. Nein, falsche Taste, Mann. Du sollst dich immer saufen, Alter. Too real. Okay, wir sind schon mal im Tunnel. Yo, wer ist näher? Warum war denn der so dick? Nachricht lesen, die ist Gold. Zauberer Roger. Oh, ja, keine Ahnung. Besessenes Wesen voraus. Keine Sicherheit voraus. Digga, ich hätte jetzt nicht mal behauptet, dass irgendwo mal Sicherheit voraus war in Elden Ring. Die 10 Minuten, nicht das hier Spiel. Boah, das sieht geil aus hier. Das ist meine Burg. Das ist meine Hood hier. Oh, wer ist näher? Okay. Achso. Ist das der erste Story-Boss, oder ist das jetzt wieder nur so ein Bestienvieh in der Höhle gefühlt? Als ob der Typ Margit heißt. Hogwarts. Hockey, Hockey, Hogwarts. Margit, chill. Oh mein Gott. Digga, chill. Boah, Alter. Der wixst mich ja gleich hier direkt runter. Beyblade Spin. Margit, ich nehm's zurück. Achso, ich hab einen hier. Süß. Ah, chillig. Du schmeißt mich mit deiner Stinkescheiß ab. Alter, wie schnell schlägst du zu mit deinem Scheißstab, Alter? Wofür ist der? Um die Rentenversicherung zu verarschen, oder was, Mann? Wofür brauchst du den? Du bist schneller als ich. Digga, pack deine Scheiß-Messer ein, Mann. Margit, du Fettsack. Ja, komm hier, in die Kniescheibe rein. Boah, guck mal, wie viel Damage ich dem mache. Chillig. Äh, Margit. Alter, dieser Schnelle ist hässlich. Nein, 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 Hogwarts. Mann, Margit, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist ja voll der Terror, das Game. Ich sag, das bockt. Digga, wer hat gesagt Eldering bockt? Achso, aber so einen Scheiß-Rentner-Stock kann ich einfach abhalten mit meinem kleinen Kack-Schild, oder was? Mann, warum hat denn der so einen AOE-Angriff? Digga, ich brauch ein anderes Mindset. Ich bin Kollege Schumann von der Rentenversicherung und wir überprüfen jetzt hier, ob Margit alle Rentenbeträge richtig versteuert hat. Oh ja, jetzt habe ich mehr Power. Ich merke es gleich. Digga, dies foolish ambitions, Mann. Der Typ geht mir auf den Sack mit seinem Knüppel. Dies foolish ambitions, Mann. Ja, komm, kann der nicht da runterspringen oder so? Kann ich die nicht einfach da runter baiten? Mann, diese verfickten Messer, du kleiner Nuttensohn. Ja, Digga, Alter. Nee, keine Garnele. Alter, er packt sich in die Hose und holt die Garnele mit Fade raus, Alter. Mann. Okay, Zauber. Nee. Wow. Alter, habt ihr das gesehen? Links, rechts. Margit weiß gar nicht, was hier passiert. Ist es ein neuer Schumann von der Rentenversicherung da? Ich habe jetzt Kollegen dabei. Oh, 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 Margit. Er nimmt es persönlich. Keine Steuerprüfung. Alles gezahlt. Alle Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Nein. Nicht die Messer. Wir können das doch auf zivilisierte Weise klären. Digga, Alter, er hat mich komplett genommen. Ja, komm, Margit. Machen wir es kurz und schmerzlos, war. Du hast gewonnen. Warte, ich setze mich hin. Mann, du bist so ein Opfer mit deinen verfickten Dolchen. Ey, das ist so unschillig mit dir. Was ist das denn jetzt für ein Hammer? Was packt denn jetzt ein Hammer aus, Alter? Oh, ja. Digga, was willst du denn gegen den machen? Ne, nicht der Hammer. Äh, scheiße, Digga, was? Was soll ich da machen? Margit, Alter. Lasst doch drüber reden, Bruder. Ach so, wieder Hammer. Das ist so unschillig, Margit. Schwert auch noch? Was für Schwert? Digga, was zieht der sich gleich raus? Ne AK? Ein Licht-AK oder was, Alter? Das fuckt so. Digga, das fuckt so. Der fuckt mich so ab. Der fuckt mich so ab. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr der mich abfuckt. Dumm, Alter, Sack, Alter. Mann, und ich mach den falsch. Ach so, der Hammer. Ach so. Digga, ich kann nix machen. Du kommst mit dem Hammer an, wenn ich am Boden liege oder was? Bin ich ein Nagel, du Fotze? Digga, also der Typ ist OP. Das ist der erste Boss. Ihr wollt mir wirklich erzählen, das ist der erste Boss? Ich geh wieder in die Haienhöhle, Alter. Lass mich von den Wölfen fressen. Scheiß auf das Game. Digga, ihr macht halt neue Attacken. Ja, komm, scheiß drauf. Das soll's erstmal gewesen sein. Deathcounter seht ihr irgendwo. Es geht gegen Limes unendlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, dass Margit von der Rentenversicherung auf jeden Fall abgeholt wird. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, sprengt den Like-Button. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, um meine geistige Sanity zu wahren, bitte nicht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, perfekt. Schon mal Mana-Gerasted. Yippie! Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.